wir sind wir haben im letzten wort hatten wir über die bedingungen des tawhid gesprochen wir haben die bedingungen abgeschlossen und wir haben über einige missstände im umgang mit den bedingungen gesprochen die werden wir jetzt nicht noch einmal erwähnen aber im grunde genommen hat es ähnlichkeiten zu der einteilung des tawhid und die missstände die dort existieren existieren teilweise auch hier nun haben wir das beendet und wir möchten einen schritt weiter gehen wir möchten jetzt mal kurz noch mal allgemein über den tawhid der der erste punkte hierbei nennenswert ist ist der umstand oder die tatsache dass der so genannte die idee die leute oder auch die euro hier dass dieser teil diese komponente des islams insgemeine drehen angelpunkt dreh und angelpunkt kern des islams den kern des islams darstellt und erst recht an den Kern des Tauhid. Und das gehört zu den offensichtlichsten Dingen, zu den offensichtlichsten Dingen der Sharia, da eben, dass die wichtigste Obliegenheit der Propheten darin liegt, den Menschen, Allah und Ta'ala, freiwillig zu unterwerfen. Was heißt das, freiwillig zu unterwerfen? Wenn wir sagen, das ist die Aufschuld der Propheten, die Menschen freiwillig in den Willen, Allah und Ta'alas zu unterwerfen. Weil es eine Art, ich nenne es jetzt mal so, der Begriff ontologisch, haben wir schon häufig benutzt, eine Art ontologische Unterwerfung gibt. Was heißt das? Was heißt das ontologische Unterwerfung? Eine, in Anführungsstrichen, ontologische Ubudiyah. Naam, alles, was existiert, ist in einer gewissen Weise dem dem ontologischen Willen, Allah und Ta'ala, ist unterworfen. Alles. Selbst Nicht-Personen, selbst Nicht-Personen, selbst Gegenstände, alles funktioniert in einem Rahmen von vorgegebenen, von vorgegebenen, wie soll ich sagen, Existenzmöglichkeiten und Einschränkungen und so weiter. Alles unterliegt einem übergeordneten Willen. Willen. Die Sonne, die Kreislaufe, die Bewegungen der Planeten, Mesh, die Lebenskreisläufe im Allgemeinen, alles einfach, was nicht vom Willen des Menschen oder sonstigen Lebewesen gesteuert wird, beeinflusst wird, wird von dem Willen einer, von einem übernatürlichen Willen gesteuert und gelenkt und wirft sich diesem unter. Das ist Allah und Ta'ala, das Wille. Das heißt, diese Form der Unterwerfung, der, nennen wir es mal der Hudiyah, das ist nicht, das ist nicht, was den Menschen zum Muslim macht oder ist keine Form der Unterwerfung, die dem Menschen zugeschrieben wird, weil sie nicht von ihm kontrolliert wird, nicht von seinem Willen abhängig ist. Und in diesem Kontext heißt es auch im Koran, dass jeder Einzelne, jeder Einzelne, jeder Einzelne Mumin oder Kafir, jeder am Tag der Auferstehung zu Allah und Ta'ala als Abt kommen wird, der Sohlt Mariam. Jeder wird zu ihm in Dienerschaft kommen. Jeder ist unterworfen. Aber das ist nicht die Unterwerfung, die ein Menschen zum Muslim macht. Deswegen meinen wir damit die freiwillige Unterwerfung. die freiwillige Unterwerfung, das Freiwillige fügen und die Menschen in all ihren Lebenssituationen an Allah und Ta'ala zu binden. In allen Lebenssituationen an ihn zu binden. Das ist die Ubudiyah. Das ist die Ubudiyah zu Allah und Ta'ala, die Drehen und Angelpunkt der Botschaft der Propheten darstellt. Und das sehen wir auch an einigen einzelnen Fakten. An einigen einzelnen Fakten. Manchmal wird eine über wie heißt das, eine übergeordnete Regel, ein übergeordneter Leitsatz ergibt sich häufig auch auf ganz vielen einzelnen Teilen. Etwas wiederholt sich in verschiedensten Situationen so oft, dass wir dann daraus eine allgemeine Schlussfolgerung ziehen können. Das können wir auch hier, dieses Prinzip können wir auch hier nennen. Wir sehen nämlich ganz viele unzählige Einzelfakten, Einzelsituationen, in denen die Ubudiyya immer in den Vordergrund gestellt wird. Die Ubudiyya zu Allah Ta'ala. Wir beginnen schon mit der Zwecksursache der Existenz. Die Zwecksursache der Existenz. Allah Ta'ala sagt in der Surah von Nahen. Er sagt Nein, nicht in der Surah von Nahen. Ich meine nicht die Zwecksursache der Existenz. Die Zwecksursache der Aussendung und dem Bestehen von Propheten im Allgemeinen. Allah Ta'ala sagt Und wir haben bereits in jeder Gemeinschaft einen Gesang erweckt. Was hat er zu ihm gesagt? Er zu ihm sagte Ubudullah Ubudullah Hier ist das Wort Ibadah Ubudullah Der interessante Punkt ist und das ist eine wichtige Sache dazu komme ich gleich Er könnte ja auch sagen Gehorcht Allah Gehorcht Allah Und meidet den Ta'ut Oder er könnte auch sagen Befreit euch von der Unterwerfung und Dienst zu eures Gleichen also zu Menschen Rebelliert dagegen oder sonstige Ausdrücke aber wir sehen immer dass in derartigen Situationen immer das Wort Ibadah Ein Badal also diese Wortwurzel und andere Wortableitungen davon verwendet werden Was hat das für einen Grund? Warum wird nicht einfach gesagt Gehorcht Allah Wir haben in jeder Gemeinschaft einen Propheten geschickt der zu ihm sagte Ich übersetze es jetzt mal so ganz plump als Macht Ibadah zu Allah Diese Frage sollten wir im Kopf behalten wir kommen darauf noch zurück das ist nämlich ganz wichtig dass dieses Wort ist bewusst ausgewählt und bewusst in derartigen Stellen wo es um die Kern Botschaft geht wo es um die Substanz geht das ist immer das Wort Ibadah verwendet wird das hat einen Grund auf jeden Fall sagt heißt es in der Ayah Dann heißt es unter ihnen gibt es manche die Allah geleitet hat und unter ihnen gibt es manche denen sich die Irre Leitung bewahrheitet haben das Irrgehen bewahrheitet hat unter ihnen gibt es also manche die Allah geleitet haben und andere an denen sich die Irre Leitung bewahrheitet hat so heißt auf der Erde umher und schaut wie das Ende der Leugner war so jetzt der ganz wichtige Punkt ich weiß nicht wie ich euch das genau mitteilen soll wie ich das formulieren soll aber der Grund warum das Wort Ibadah ausgewählt wurde oder Ubudiyah oder Uluhiyah das sind Synonyme Ubudiyah Uluhiyah Ibadah 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 und Ilahah nicht Ilah diese Begriffe suggerieren ein Verhältnis ein Verhältnis zwischen Schöpfer und Schöpfung ein Verhältnis zwischen Schöpfer und Schöpfung das auch Aspekte beinhaltet wie soll ich es nennen es beinhaltet Aspekte die auch das Herz betreffen es handelt also nicht nur um deswegen zum Beispiel das Wort Gehorsam nicht das Wort Gehorsam Gehorsam kann einfach etwas motorisches sein etwas was einfach nur vom Körper gemacht wird worin sich der nichts spirituelles beinhaltet ist damit eingeschlossen muss nicht sein aber der Begriff der suggeriert ein gewisses Verhältnis zwischen Schöpfer und Schöpfung das auch spirituelle Aspekte hat etwas was aus dem Herzen kommt diese Form der ist Kernbotschaft der Risale und auch sämtliche Ausdrücke die wie gesagt dieses Verhältnis in den Fokus stellen bedienen sich an den Begriff an diesen Begriff und seinen Derivaten also seine Ableitung andere Begriffe die aus dem Wort abgeleitet sind dieser Begriff suggeriert ein Verhältnis der Schöpfung zum Schöpfer das auch Liebe Demut und Fügsamkeit gründet auf ein Verhältnis das der Schöpfung zum Schöpfer das auch Liebe Demut und Fügsamkeit gründet und bei der Ibadah bei diesem bei diesem Dreh- und Angelpunkt der Botschaft werden keine anderen Faktoren in den Fokus gestellt um den Menschen ja nie zum Diener Allahs zu machen es wird nicht in den Fokus gestellt dass die Menschen gefangen sind von ihres Gleichen und sich davon befreien sollen indem sie Diener Allahs werden das passiert das mag eine Konsequenz sein aber es ist nicht die es ist nicht das Motiv es ist eine Folge erscheine nicht die Freiheit von der Dienerschaft zu den Geschöpfen ist die Ursache und noch ist es die alleinige Souveränität Allah also die Hakimiyah die Ibadah Allahs bedeutet nicht wenn ich sage Ubudullah oder die Ubudiyah zu Allah ist nicht unbedingt direkt erst mal die Hakimiyah Allahs wie es zum Beispiel Sayyid Qudr und auch Abu Al-A'la Al-Maududi in seinen Werken wieder zum Ausdruck bringt dass die Ibadah die Hakimiyah ist es mag auch ein Teil von es ist ein Teil des Tauhid und ein Weg um die Ibadah Allahs zu verhüblichen aber es ist nicht die Ibadah selbst das ist ein Zug den man immer wieder in der Literatur von Sayyid Ubud sieht und auch in der von Abu'l-A'la Al-Maududi kommt aus dem indischen Subkontinent pakistanisch pakistanischen Ursprungs Sayyid ist ägyptischen Ursprungs aber sie haben sich in vielen Dingen haben sich ihre Gedanken sozusagen überschnitten die Ursache der Motivator der im Koran immer wieder erwähnt wird für die Anbetung für dieses Verhältnis des Schöpfers oder der Schöpfung zum Schöpfer das Verhältnis der Ubudiya und der Uluhiyah ist einfach weil Allah Azza wa Jalla vollkommen ist und vollkommen ist in jeglicher Hinsicht ausnahmslos und deswegen deshalb der liebewürdig ist aber auch der Ehrfurcht und der Ergebung die Zentralität dieses Sachverhalts wird auch nochmal durch viele einzelne Faktoren wie ich eingangs gesagt habe wird es durch viele einzelne Faktoren auch veranschaulicht unter anderem Methalen beispielsweise die Zwecksursache für das Dasein der Schöpfung der Koran wenn der Koran über den Schöpfungszweck der Mahlouqat sprach bediente er sich an diesem Sinn der Ubudiya Allah der Sura Sures Dariyad wama khalaqtu ljinna wal insa illa li a budun ma urido min Rizk wama wama urido an yut in allaha huwa razaqu zhu kuh Und ich habe die Jinn, die Jinn, die Menschen, nur dazu erschaffen, damit sie dieses Verhältnis zu mir aufrechterhalten, das Verhältnis der Ubuddhiya. Das ist der erste Punkt, die erste Tatsache. Die zweite Tatsache, an der wir auch nochmal die Zentralität dieses Themas, dieser Substanz sehen, ist folgendes. Wenn der Koran die Disputationen, die Gespräche, die Dialoge zwischen den Propheten und ihren Völkern anführt, verdeutlicht er oft, dass die Pflege dieses Verhältnisses zwischen Geschöpfer und Schöpfer die erste Angelegenheit ihrer Botschaft ist. Ich nenne das, ich nenne das ein Verhältnis, ich nenne das Verhältnis. Die Ubuddhiya bezeichne ich als ein Verhältnis, weil es sich nicht hier um leere Formen handelt. Es handelt sich nicht um leere Formen, es handelt sich nicht um einfach ein schieres Verhältnis zwischen, basierend auf Gehorsam, einfach nur Gehorsam. Das wäre nämlich keine Rivalda. Das wäre keine Rivalda. Wenn du jemandem gegenüber gehorsam bist, du machst, was er sagt. Empfindest dabei aber nichts. Empfindest nichts. Das ist kein Rivalda. Das ist Ta'a. Versteht ihr? Deswegen bezeichne ich die Ubuddhiya als ein Verhältnis. Die Ubuddhiya ist die Pflege dieses Verhältnisses zwischen dem Geschöpf und dem Schöpfer. Und die, die die Propheten machen oder die Disputationen, naam, unter anderem, und die Propheten machen in ihren Gesprächen und Dialogen, die uns der Koran, ja, in die der Korans für uns, der Koran für uns, wie heißt es, gespeichert hat. Darin machen sie aufmerksam, dass diese Pflege, dieses Verhältnisses immer die erste Sache ist, mit der sie kommen. Die erste Sache, mit der sie kommen. Pflegt euer Verhältnis zu Allah. Die Ubuddhiya, die Ubuddhiya Allah-u-Ta'ala gegenüber. Beispiel, der erste Prophet, die erste, seine erste Angelegenheit, die er seinem, seinem Volk auf den Tisch gelegt hat. Allah-u-Ta'ala sagt, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافَ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ Gesalton, Nuh, Susanna for you. Der erste, Nuh, der erste Prophet. Wir sanden Nuh zu seinem Volk. فَقَالَ Er sagte, unmittelbar danach, فَقَالَ unmittelbar, unmittelbar, das Erste. فَقَالَ يَا قَوْمِ اَعْبُدُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُمْ Mir geht es hier nicht um einzelne Handlungen oder einzelne Praktiken. Es geht um das Konzept. Konzeptionell. Die Ibadah ist nicht nur, im Allgemeinen, nicht nur die Ausführung, die schiere Ausführung von Befehlen, die schiere Umsetzung von Befehlen. Nochmal zu dem Vers. Wir haben Nuh zu seinem Volk geschickt. فَقَالَ يَا قَوْمِ Er sagte, mein Volk. فَقَالَ يَا قَوْمِ Er sagte, mein Volk. Hier ist auch ein ganz interessanter Aspekt. Die Ansprache der Propheten. Ich weiß nicht, ob man auf solche Sachen achtet oder nicht. Aber wenn ich mir so die Realität anschaue, also die gelebte Realität, dann habe ich manchmal das Gefühl, dass derartige Dinge irgendwie einfach untertauchen. Wenn man jemanden anspricht und jemanden für seine Ideen gewinnen möchte, dann muss man schon ein bisschen Sympathie zeigen. Ein bisschen sympathisch sein. Auf jeden Fall, er sagt hier, mein Volk. Mein Volk. فَقَالَ يَا قَوْمِ Das ist schon mal eine Sache, die Sympathie weckt. Mein Volk. Er spricht sich sozusagen, er ordnet sich ihnen zu in einem gewissen Aspekt. Aspekt der Herkunft, der Abstammung und so weiter. Und schafft somit schon mal, versucht somit, eine gewisse Distanz abzubauen. die entsteht einfach. Alles klar, es entsteht, wenn Menschen sich in zentralen, in ganz elementaren Ideen, die ihr Leben betreffen, unterscheiden, entstehen Distanzen, ob man möchte oder nicht. Es entstehen Distanzen, ob man möchte oder nicht. Es entsteht ein gewisser Abstand und eine gewisse Distanz. Und das ist ganz normal. Deswegen, dieses Konzept des Al-Wala wa al-Bara ist nichts, was nur den Islam betrifft. Jede Weltanschauung hat ihre Form des Al-Wala wa al-Bara, wenn man so sagen möchte, im allgemeinen Fall. Deswegen, was die Ahmadiyyya's propagieren, die Ahmadiyya's, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, oder nennen wir sie lieber die Qadiyanis. Die Qadiyanis. Ihre Aussage und Botschaft, die sie immer häufig auf ihren Autos tragen, hinten habt ihr es vielleicht schon mal gesehen, auf der Heckscheide auf dem Auto, da steht dann drauf, Liebe für alle, Hass für keinen. Das ist total unrealistisch. Das sind leere Floskeln, die sie weder selbst ausleben, noch irgendjemand in der Welt auslebt. Mech. Das geht gar nicht. Das ist total unrealistisch. Das ist realitätsfern, unabhängig von welcher Religion man ist. Kein Mensch kann jeden lieben unter jedem Umstand. Und keiner kann jeden hassen unter jedem Umstand. Er sagt, mein Volk, pflegt das Verhältnis. Ich nenne es jetzt gerade, aktuell im Unterricht nenne ich das immer, pflegen dieses Verhältnis, weil ich möchte, ich möchte, dass ihr begreift, dass ihr versteht, ihre Budhiya, das sind nicht einfach starre Formen. Das sind nicht starre Formen. Tamam, deswegen werde ich in diesem Unterricht einfach immer das Verb hier, hier heißt es wieder, U'mudullah, dient Allah, dient Allah, als die Pflege dieses Verhältnisses übersetzen. Pflegt das Verhältnis der Ubudiya zu Allah, ihr habt keinen anderen Ilah. So, und dann erklärt er ihnen, dass er auch eine gewisse Furcht um sie hat. Er fürchtet sich um sie. Nochmal eine Sache, die so ein bisschen Sympathie weckt. Er sagt, Ich befürchte, ich fürchte mich um euch. Ich fürchte eine Strafe für euch. Ich fürchte die Strafe eines strengen Tages für euch. Ich fürchte um euch, die Strafe eines strengen Tages. Nicht? Diese Aussage suggeriert Sorgsamkeit, wenn man es so sagt. Ich weiß gar nicht, ob es dieses Wort gibt. Sorgsamkeit. Ja, die Fürsorglichkeit. Nichts besser. Die Fürsorglichkeit. Die Fürsorglichkeit der Propheten. Das drückt die Fürsorglichkeit aus. Das ist ganz interessant. Ich weiß nicht. Man muss wirklich, man muss versuchen, mal den Koran ganz bedacht zu lesen. Ganz bedacht und auf jeden einzelnen Aspekt, jeden einzelnen Aspekt, ein Auge werfen und darüber nachsinnen. Er könnte doch auch sagen, er könnte ja auch sagen, er könnte dieses Inni Achafu Aleikum weglassen. Er könnte dieses Ich fürchte um euch, könnte er weglassen, indem er einfach eine Drohung rausspricht. Er könnte ja auch sagen, sonst werdet ihr streng bestraft werden. Nicht? Aber wenn man jetzt abwiegt, was hört sich sympathischer und fürsorglicher an? Das erste hört sich so an, also das, was wir jetzt hier haben mit der Aussage von Nuf, hört sich so an, als ob er sich Sorgen macht um sie. Er sorgt sich, er hat Angst um sie. Er droht ihnen nicht. Wenn ich aber sage, wenn du das nicht machst, dann steht dir das und das zu und dann wird mit dir dieses und jenes passieren, dann, das hört sich wie eine Drohung an. Natürlich, manchmal wird auch gedroht, ich sage nicht, dass es nicht so ist, aber hier geht es um eine erste Konfrontation zwischen Nuf und seinem Volk. Und wenn man sich manchmal, das muss ich jetzt auch dazu sagen, wenn man sich manchmal die Hardliner anschaut, die Hardliner, wie sie untereinander kommunizieren, dann hat man schon das Gefühl, irgendwie scheint das nicht so keinen prophetischen Touch zu haben. Vor ein, zwei Tagen hat mir jemand einen, es gibt eine Behörde in Deutschland, ich weiß gar nicht, wie die heißt, hat mir einen Auszug aus einem Bericht von dieser Behörde geschickt, diese Behörde hat unter anderem verfolgt sie die Zähne in Deutschland, die Zähne in Deutschland und welche Themen trenden. Wir haben auch festgestellt, dass es immer diverse Themen gibt, die trenden, es entsteht ein Trend und dann fahren alle mit auf diesem Zug, alle sprechen darüber und er hat etwas festgestellt, was ich auch oft erwähnt habe, insbesondere in Bezug auf manchen Akteuren, was mir besonders missfällt an ihnen, aber ich zeige euch mal kurz diesen Abschnitt, den er da erwähnt hat. Ich finde, er hat es auf dem Nagel getroffen, 100 Prozent und man muss bedenken, das sind die Dialoge, die teilweise intern angeführt werden. Er sagt, er sagt hier, warte, lass mich das kurz hier nochmal aufmachen, ich habe das mal rausgenommen, er spricht also jetzt über die Dialoge, die in einem bestimmten Internetmilieus stattgefunden haben, die letzten Monate, er spricht über die Konflikte intern, über das, was er die saudische Salafia nennt, er nennt das die saudische Salafia-Strömung, in allen verschiedenen Arten, nicht sein ist die sogenannten anerkannten Prediger oder andere, er sagt, dabei kann das Niveau der Konflikte selten als sonderlich anspruchsvoll bezeichnet werden, Beleidigungen und Unflätigkeiten prägen die Auseinandersetzung, Beleidigungen und Unflätigkeiten prägen die Auseinandersetzung, wisst ihr, was Unflätigkeiten sind? Unflätigkeiten, Unflätigkeiten, eine unanständige, ungebührliche Artenweise, wie man sich äußert oder eine grobe Art, eine sehr grobe, ekelhafte Art, wie man spricht. Seht ihr das auch so oder seht ihr das überzogen, dass es nicht so ist? Also ich bin der Meinung, das ist tatsächlich so. Es gibt sehr wenig wirklich sachliche, sachlich ausgeführte, anständige Art der Auslebung eines Konflikts oder eines Dispots. Also auf jeden Fall, das war Punkt zwei. Punkt zwei. Es gibt dann noch andere Propheten, die erwähnt werden. in der Solot Al-Qasras, dort wird dann immer hier fast dieser Dialog kopiert. Und wir sagten so und so zu seinem Folgen, er sagte so und so, immer das gleiche, über mehrere Propheten hinweg. der dritte Punkt, der uns die Zentralität dieses Themas oder dieses Verhältnisses zwischen Propheten, zwischen Geschöpfer und Schöpfer zeigt, das ist folgender Punkt, wenn wenn der Koran die Mu'minun lobt und ihre lobhaften Eigenschaften erwähnen möchte, also er möchte zeigen, hier guckt mal, das sind die Mu'minun und die sind lobenskürdig und das sind die Menschen, das ist die Elite unter den Geschöpfen und so weiter. Was sind die Eigenschaften, die in den Fokus gestellt werden, weshalb sie diesen Status haben? Es sind, es ist die Obudiyah, die Auslebung der Obudiyah, die spirituelle Auslebung der Obudiyah. Was meine ich mit spirituell? Ich meine mit spirituell eine Form der Obudiyah, die aus dem Kern, aus dem Inneren des Menschen kommt, die aus dem Herzen des Menschen, aus seinem Geist und aus seiner Seele erwächst. Allah ta'ala sagt, innama al-mu'minun, hier er grenzt das schon ganz am Anfang ein, das ist eine abgeschlossene Sache. Die Mu'minun, das sind nur diejenigen, hier, das ist dieser Ausdruck, innama, wird für den sogenannten Hassel benutzt. Das heißt, alles, was darüber hinausgeht, gehört nicht dazu. Alles, was nicht diese erwähnten Attribute erfüllt, ist raus. Inna Dinge des Herzens. Die Ubudiyah ist ein Verhältnis zu Allah, eine Beziehung zu Allah. Die wahren Gläubigen, die wahren Mu'minun, das sind diejenigen, deren Herzen sich vor Ehrfurcht regen, wenn Allahs gedacht wird. Und die, wenn ihnen seine Zeichen verlesen werden, es ihren Iman mehrt, eine Sache des Herzens. Und die, die sich auf ihren Herrn verlassen, eine Sache des Herzens. Das ist es, wenn ich davon spreche, dass der Islam leider in den Reihen der sogenannten Praktizierenden mehr Schein ist als Sein. Er wird begrenzt auf äußerliche Formalitäten wenn du die erfüllst, bist du der Muslim. Mangels irgendwo, selbst wenn es eine Sache ist, in denen die Jamahir der Ahle in eine ganz andere Richtung gegangen sind. Und du gehst in eine andere Richtung, indem du den Zeitgenossen folgst und ihren Auffassungen und machst etwas, was alle erlaubt haben, nur die Zeitgenossen verbieten es, dann wird dir die Religiosität abgesprochen. Das ist eine extreme Veroberflächlichung der Religion und eine Begrenzung der Religion auf diverse äußerliche Formalitäten, die vom Innen leer sind. Und das steht diametral im Konflikt mit dem eigentlichen Sinn des DIN, der Religiosität. Was ist Religiosität eigentlich? Das ist auch der Grund, warum es so viele Murtadun gibt, übrigens. Ich nenne sie jetzt mal Abtrünnige und Leute, die für ein paar Tage dabei sind und für ein paar Monate und für ein paar Jahre und dann sind sie wieder weg. Weil das einfach nur Hüllen sind, die getragen werden. Machen wir hier Schluss. Das was Salam Aleykum. 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 3